200 Gramm Proteinpizza, optimal für den Muskelaufbau. Das sind die Zutaten und schon geht's los. Wer hätte es gedacht? Natürlich erst den Pizzateig ausrollen und Tomatensauce. Ich verteile mir die Tomatensauce da drauf. Wir haben so einen Fertigpizza-Kit gekauft mit 5 Gramm Fett pro 100 Gramm. Hähnchen und Huhnfisch sorgen für die Grundlage. Und dann kommt gleich noch eine Geheimzutat. Der Spaß beim Korn darf an sich auch nicht fehlen. Jetzt kommt die Quintessenz drauf, der Eat Lean Cheese. Ich habe den bei Kaufland gefunden. Der hat 36 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und nur 3 Gramm Fett. Davon eine Tüte drauf und ihr habt einfach 75 Gramm Eiweiß auf der Pizza. Dann kurz das Hähnchen drauf, in den Ofen schieben und fertig. Das als vorgekochtes nehmen und das jetzt essen. Also zwei Mahlzeiten. Für mehr solcher Rezepte gerne folgen.